Alle Welt spricht ja vom autonomen Fahren nach Level 4 und Level 5. Rolls-Royce-Autos waren das eigentlich schon lange Zeit. Besitzer oder Käufer dieser teuren Autos hatten nämlich schon ein autonomes Fahrprogramm, das war meistens der Chauffeur. Das ändert sich ein bisschen. Die Leute werden immer früher reich genug, sich einen Rolls-Royce kaufen zu wollen. Die Autos sind technisch mehr sophisticated, also müssen sie auch mehr können. Und deswegen schauen wir uns jetzt in diesem Video mal das Infotainment-System im Flaggschiff der Nobelmarke im Rolls-Royce Phantom an. Das Cockpit im Rolls-Royce Phantom ist natürlich klassisch designt, so wie es die Marke auch in der Neuzeit weiter verfolgt. Im Rundinstrumenten-Style gibt es ein voll digitales Cockpit, das dann zum Leben erwacht, wenn der Motor startet. Und hier sehen wir eine Freifläche mit Emily, ihr Spitzname, The Spirit of Ecstasy, die Kühler, die Galleonsfigur eines Rolls-Royce-Autos. Und wenn ich diese Klappe hier öffne, dann kommen zwei Dinge zum Vorschein. Zum einen ein bekannter Controller und hier fährt ein bekanntes Display raus. Das Infotainment-System übernimmt Rolls-Royce in den größten Zügen natürlich von der Konzernmutter BMW. Und damit natürlich auch mit allen Vorteilen. Wir haben hier diesen Spirit of Ecstasy-Controller, so heißt er bei der britischen Marke. Der entspricht natürlich weitestgehend dem iDrive von BMW. Außenrum habe ich Direktwahltasten für Menü, Map, Navigation etc. Und ich kann diese Daten aber auch oder diese Ebenen im Menü auch mit dem Controller in bekannter Manier, indem ich ihn drehe, aufrufen. Mit einem Druck auf den Controller komme ich dann zu den verschiedenen Menüs. Ich kann zum Beispiel hier auch The Spirit of Ecstasy einfahren und ausfahren. Die Kühlerfigur, das macht natürlich Sinn, wenn das Auto parkt, dass sich niemand daran zu schaffen macht und versucht, die Dame abzureißen und mit nach Hause zu nehmen. Das kann man dann auch einstellen, dass es automatisch passiert. Das Navigationssystem entspricht sowohl in der hervorragenden Kartendarstellung, in der Schnelligkeit der roten Berechnung, wie auch in der präzisen Sprachsteuerung, dem im BMW 7er zum Beispiel. Das können wir mal demonstrieren, indem ich jetzt hier die Sprachsteuerung aktiviere. Navigation zur Leopoldstraße 250 in München. München, Leopoldstraße 250 wurde ausgewählt. Die Zielführung wurde gestartet. So, wir haben also nicht ewige Nachfragen, Zwischenschritte. Wollen Sie eine kurze, eine lange Route, beschädigen Sie die Hausnummer, sondern du gibst eben freisprechend die Adresse ein, wo es hingehen soll. Dann wirst du da hingebracht. Genauso funktioniert es mit der Suche nach Restaurants und anderen Sonderzielen etc. Im Bereich Media gibt es natürlich Radio, FM, AM, DAB+, es ist ein TV-Tuner hier verbaut im Testwagen, eine Musik-Festplatte, das kennen wir auch. Und die Anbindung des Telefons mit Bluetooth oder dann, wenn man noch einen iPod hat, zum Beispiel per USB-Wass Rolls-Royce, noch nicht in den Autos einbaut, ist Apple CarPlay, weil hier die Marke auch klar sagt, wir wollen das dann machen oder eine Applikation dann integrieren, wenn es unserem Rolls-Royce-Stil entspricht. Und hier vertraut man sich natürlich nicht einzig und allein auf das, was Apple so liefert. Die Instrumente selber, voll digital, es gibt dann auch hier eine kleine Bordcomputer-Anzeige, die ich über eine Taste am Wählhebel bediene. Da kann man dann aber die klassischen Aufgaben und Anzeigen aufrufen, wie Verbrauch, Reichweite etc. Verschiedene Fahrprogramme sind nicht ansteuerbar, denn die gibt es nicht im Phantom. Rolls-Royce sagt hier, das Auto ist perfekt, so wie es ist und muss dann nicht auf sportlich oder nochmals komfortabler etc. abgestimmt werden. Also hier vorne funktioniert alles über den iDrive oder den Spirit of Ecstasy Controller. Das Display hochauflösend hinter Glas übrigens, also zwar freistehend, aber hinter Glas in dieser Gallery, so nennt es Rolls-Royce. Hier steht jetzt der Phantom-Schriftzug. Man kann hier Kunstwerke und sich alles Mögliche reinkonfigurieren, was das Herz so begehrt. Und die Infotainment-Ausstattung im Phantom kann ich natürlich nicht nur hier bedienen, denn in einem Rolls-Royce sitzt man natürlich auch gerne hinten. Wie alles klappt auch das Türschließen auf Knopfdruck. Man bleibt hier drauf und die gegenläufig angeordnete Tür ist zu. So, hier hinten sitzt es sich natürlich sehr bequem, aber es geht ja ums Infotainment. Mit einem Knopfdruck und auch hier geht eine Klappe auf und der Controller kommt zum Vorschein. Und mit einem weiteren Knopfdruck lassen sich dann hier nicht nur Tischchen ausklappen, sondern auch Monitore ausfahren, mit denen dann das Infotainment-System im Auto von hinten links und hinten rechts bedient werden kann. Da muss man sich dann natürlich einig werden, wer jetzt hier die Knöpfchen drückt und am Drehregler dreht. Ich habe hier hinten natürlich auch die Informationen des Navigationssystems, die ich mir aufrufen kann. Das ist ähnlich wie im Flugzeug. Da kann also der Mitfahrer, der Mitschweber hier sehen, wo sind wir denn gerade unterwegs. Und dann kann ich hier auch über den Bereich Media das Infotainment-System bedienen und eben die Musik auswählen, wenn die gehört werden soll, lauter oder leiser machen etc. So ist natürlich die Gleichberechtigung da. Fahrer wie auch Mitfahrer, meistens dann natürlich der sagt, wo es lang geht, im wahrsten Sinne des Wortes, der sich dann eben hier seine Musik etc. ins Auto holen kann. Wir haben zwei USB-Anschlüsse vorne im Phantom. Es gibt eine Musikfestplatte, ein DVD-Laufwerk und auch Kopfhöreranschlüsse, dass man dann hier in Ruhe seine Musik hören kann und natürlich viele 12-Volt-Steckdosen. Apple CarPlay, wie gesagt, noch nicht verbaut. Dafür gibt es eine Auswahl beim Audiosystem. Es gibt ein serienmäßiges Audiosystem und das sogenannte Bespoke Audio-Musiksystem mit 1200 Watt Leistung, das natürlich ordentlich was kann und wo dann hier wirklich alle Ansprüche an Musikgenuss auch erfüllt werden sollen. Wenn man sich dann also hier sein Musikprogramm oder Fernsehprogramm ausgesucht hat, das mit dem Auto über Bluetooth verbundene Telefon ist übrigens hier hinten nicht ansteuerbar. Das geht nur vorne, das finde ich ein bisschen schade. Aber wenn man dann aus den anderen Daten sein Programm gewählt hat, kann man dann hier über diese Tasten, die man dann auch gedrückt hält oder öfter drückt, die Lautstärke regeln oder eben den Kopfhörer verwenden, um hier ein bisschen Privatsphäre für sich zu haben. Das war es kurz und knapp zum Infotainment im Rolls Royce Phantom. Das größte Infotainment ist aber das Auto an sich und das Platzangebot. Deswegen bleibe ich jetzt noch ein bisschen hier sitzen, stelle mir den Sitz flach und lasse mich ordentlich durchmassieren. Ich nehme jetzt hier mal das Ganzkörpertraining. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.